Das ist Schuppe. Er ist ein Drache. Er liebt Lavalimonade, Schaumbäder und Kriminalfälle. Gemeinsam mit seinen Detektivfreunden, dem ehemaligen Straßenkater Grauwacke und der schusseligen, aber kampfstarken Elfe Jessamy, löst er jeden Fall in seiner Heimatstadt Wurmstedt. Hier wimmelt es nur so von wilden Wesen. Tollentieren, wie Trollen, Zwergen, Kobolden, Quergels, kleinkarierten Füchsen und Einirnen. Stürzt euch mit Drachendetektiv Schuppe, mit Feuereifer in die Ermittlungen. Macht euch gefasst auf ein spannendes Lese- und Hörabenteuer.